Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von... Was machen wir heute eigentlich? Hallo und herzlich willkommen... Ja, danke Marston. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Minecraft Adventure Maps von Gamepad Diaries mit dem Marston und dem Esther. Oh hi. Und der Map Puzzle Castle. Stellt euch ein rangezoomtes Optifine vor. Also Marston und Esther. Und im Teppich oder im Tal der Schleims wandern wir jetzt nach drinnen. Das ist irgendwie auch so laut. Ja. Und ich hab den Sound schon auf 5 Uhr. Oh, hier ist auch ein Schleim. Oh, hier ist auch ein Schleim drin. Im Sinne der letzten, also so wie Firejumper. Die Regeln sind, wir sollen auf Easy spielen. Dürfen natürlich nichts kaputt machen. Ja, hier sind tausende Schleims. Sie sind auch, sie klettern auch Leitern hoch. Ja. Sicher, dass sie noch da sein sollen und nicht hier vielleicht schon mal weg. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich hab auf Easy gestellt. Auf jeden Fall sollen die Rätsel wohl sehr schwer sein. Mal schauen. Cool, wie ich halt einfach schon fast nicht mehr regge jetzt. Ich regge schon nicht mehr. Ja, das ist doch mal ein lustiger Einstieg. I'm coming out of the world. Left for Dead Slime Edition. Left for Dead Slime Edition. Left for Dead Minecraft Madden müssen wir auch nochmal spielen. Oh ja, stimmt. Die gab's ja noch. So, ich hab noch 2 Essen und 3,5 Härzen. Ja, die Slime Balls erst mal wieder wegschmeißen. Ja, Essen können wir uns ja im Notfest braunen. Was sind das denn eigentlich für vier hier? Golems? Iron Golem. Ah, okay. Ich bin mit meinem Text-Pack noch nicht so ganz vertraut. Ich habe keins und weiß trotzdem nicht, was das ist. Die kommen, glaube ich, wenn die Dorfbewohner angegriffen werden. Only one way down. Ja, ähm. Äh. Achso, das ist schon das erste Ritzel, oder was? Spring doch mal. Vielleicht kommt da ja Wasser raus. Ist da oben nicht eine Lücke? Ach, an den Weins müssen wir uns festhalten, oder? Ja, also klar. Ja, natürlich. Ach, da gucken wir uns mal E-S dann. Mit, äh, mit SCG oder Shift. Einfach draufspringen. Na, draufspringen will ich nicht. Nee, Shift. Quick Review. Play on easy. Some puzzles use monsters. Read all signs. They say the rules for each room. Alles klar. Welcome to Puzzle Castle. The only way out is to solve all of the puzzles, so you might as well get started. Rules. No breaking anything. Which one is not a mammal? Mammel? Keine Ahnung. Incorrect answers mean you have to fight a skeleton. Ja, fantastisch. Mammel ist doch Säugetier. Aber steht auch Mammel? Ich liese da. Ja. Was ist kein Säugetier? Äh, sowas sind denn... Cow, sheep, chicken... Äh, chicken. Okay, also wir dürfen Sachen verbrennen. Same rules as the last time. Ein Labyrinth. Das geht ja gut los. Jeder liebt Labyrinth in Minecraft. Ja, vor allem wenn ich die ganze Zeit so ein Enderman-Teleport-Geräusch hinter mir höre. Ach, ich so. Warum ist denn das jetzt eine Sackgasse? Das sieht gut aus. Erster! Good job! Ja, du bist du. Ja, mach weiter. Okay. God, unfortunately, I forgot to fix the staircase. You may use the sandblock to get over the wall instead. Welche Wall denn? Ah, wahrscheinlich. Achso, ja, okay. Also halt irgendwie nach da. Nicht so schwierig. Der muss ja dann runterfallen quasi, ne? Schafft man das? Ahnung. Wie, während der runterfällt muss man draufspringen, oder wie? Keine Ahnung, war jetzt so die erste Idee. Nein, das geht doch niemals. Ach. Ah, okay. Ich hab's dir... Minecraft-Logic. Minecraft-Logic. Mein Gott. Regeln, nicht breaking anything you don't say. Oh. Hä? Da ist übrigens viel Essen drin. Da ist auch ein Knopf. Ja, ich hätte nichts gegen Essen. Was? Zur Hölle? Pass auf! Hä? Ist das eine Falle? Was ist das? Da ist auch ein Schalter. Bistens? Oder was? Hier sind ganz viele Schalter. Oh. Bistens. Ich hab mir mal die Melonen rausgenommen und isst die jetzt. Ja. Dann sollten wir aber auch die Rüstung mitnehmen, oder? Also. Cool, wie die Melonen natürlich nur eins halt. Nee, ist scheiß rausgesucht. Ja, wir haben ja auch noch Steaks. Kann man denn das Buch lesen? Oder geht das gar nicht? Nee, oder? Das müsste man lesen können. Steht da was drin? Mit rechts? Hm? Nö. Okay. Steht einfach nichts drin, oder? Hinterrüstung. Jetzt dann immer noch den Diamanthelm und immer noch die Cookies mit. Sollen wir nicht mal alles mitnehmen? Ja, nimm jetzt den Diamanthelm. Danke. Masten, Alter, wo bist du hin? Hier? Wie bist du da hingekommen? Ich hab den Schalter neben der Kiste aktiviert. Tricky. Also der da macht nur das hier runter. Und hier ist einer. Oh. What the fuck? Rechtschalter hast du da gedrückt? Warte mal. Nee, jetzt ist da wieder dicht. Noch in der Tür. Oh, jetzt die Tür offen. Alter. Es muss mal einer von uns nur drücken. Was ist jetzt die Tür? Achso. Machst du denn, drück mal deinen Schalter? Ich sehe nichts. Drück mal deinen Schalter. Dir wieder zu. Drück mal deinen Schalter. Ich halte mich einfach mal raus. Ich bin da mal durch. Ja, warte doch mal. Wir müssen auf jeden Fall da stehen, wo Masten steht. Achso. 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 Hast du hier. Ja, ganz am Schluss. Ja, okay. Roots, you may break this gravel. Okay. Was können wir mit Gravel machen? Wir können ihn pläsen. Und er fällt. Oder wir können daraus Flintstone gewinnen. Ja, und Flint ins... Achso. Ja. Und dann haben wir das Deal natürlich mitgenommen, was wir ja zum Glück gemacht haben. Oh ja, Alter. Ist klar. Okay. Na dann, set this room on fire. Wollt ihr vielleicht... Oh Gott. Ich werde in der Ecke stehen. Ich schaffe das. Wow. Oh, wie fies. Inferno. Okay, hier ist eine Kiste mit Stairs und einem Zaun. Roots, no breaking. Yes, Clay. Einen Ofen mit zwei Cobblestones. Äh, daraus können wir... Doch einen Schalter machen, oder? Einen Knopf bauen. Aber warum haben wir zwei? Wiss ich nicht. Pack die mal wieder rein. Also das Cobbl, wir müssen halt Stone brennen, deswegen haben wir die Treppe und den Dings bestimmt. Hm. Aber warum brauchen wir beide? Nicht, dass wir jetzt unsere Treppe umsonst verbrennen. Naja, Pech. Einfach mal die Treppe verbrannt. Ja, mein Gott. Okay, wir haben... Wir müssen mal hochklettern. Willst du den Schleim zurück? Oh, it's no breaking anything. Ach, du Scheiße. Oh. Diamond Hose und Seeds. Äh, wir müssen das Schwein locken. Oder? Auf den Schalter. Ja, guck mal. Melone. Ja, 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 ja. Aber wir haben Seeds und Bone Meal. Wir müssen... Wir müssen... Ach so, Getreide. Haha, ja, haha. Haha. Lustig, dass Schweine ab sofort mit Dings angelockt werden, mit Karotten. Na, dann gib's dir gleich mal. Ja, gut, aber ich will wenigstens hier noch einmal ein Getreide gehabt haben. Ja, Mr. Mapabbauer. Damit haben sie wohl nicht gerechnet. Ähm... Ach, Quatsch. Bitte, einer. Ach, ja. Hoch. Ist doch so gut, wo die selbe Rind lang geht, ne? Schweine... Ich glaube, du musst hier lang, oder? Nee, ich glaube, ähm... Hier lang. Ich glaube, hier geradeaus. Nee, doch nicht. Nee, stimmt schon. Hier und dann hier und dann hier. Alter, das freut dir nicht. Das ist geil, wie ich das Ester angucke, wo der nur Seeds in der Hand ist. Ich hab, äh, Slimeball, oder? Das dauert immer ein bisschen. Ja, du hast den Slimeball. Jetzt wieder nicht. Ja, das Schwein steht halt auf Schleimwelle. Bewege dich! Die Spannung ist greifbar. Oh mein Gott, das ist mir echt ein Millimeter gefolgt. Nein! Nicht zurückgehen! Oh, fester Piggy! Jetzt geht's mir wieder nach, oder? Fäuscht es? Hier. Marsten! Alter! Nicht unser Schwein umbringen, wenn's geht. Bin mir nicht sicher, ob das überhaupt durch das Glas funktioniert. Guckt ja irgendwie alles an, aber nicht uns. Wahrscheinlich hat das mal funktioniert, aber jetzt geht's nicht mehr. Fackfix, oder wat? Ahnung, Verschlimmbesserung. Irgendwie tut sich hier ja nichts. Doch. Ne, hä? Das scheint mich immer zu wittern, mit der Karotte. Mann, 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 Mann. Lasset mal. Jetzt kommt's instant. Hinterher. Also ist das mit dem Glas der Knackpunkt gleich. Okay, aber ein kaputtes Glas hat ja schon gereicht. Schnell, bevor's weg geht! Schnell! Juhu! Tipp! The Dispensers are filled with arrows. No breaking or placing anything. Juhu! Once again. Was bringen wir uns als Pfeile, wenn wir keinen Bogen haben? Oder haben wir? Ich denke mal, wir sind einfach nur drüber und ich werde jetzt sterben. Ja, fantastisch. Achso, ich hab die Pfeile rausgenommen. Achso. Ja, das war wahrscheinlich der Sinn davon. Ich hoffe, wir brauchen das Flint und Stil nicht nochmal. Ich glaube, wir brauchen unseren Button. Nein, hier ist doch direkt davor. Achso. Stimmt. No breaking, iron doors or glasses. You need a pickaxe for this later puzzles. Da unten ist ne chest. Also, wir dürfen sicher das Holz kaputt machen jetzt, oder? No breaking, iron doors or glass. Also, Holz ist okay. Boah, stellt euch bitte immer vor mich, damit's ja immer abbricht. Okay. Ich hab's Holz, ne? Ich hab's Holz. Nö, du hast ein Holz. Ja, da hab ich...